Servus Leute Breaking News, eine gute Nachricht für euch im Clan. Ich habe diese neue Playlist, wo ich immer mal ab und zu ein paar Nachrichten raushaufe, meine Zuschauer und vor allem für die Clan-Mates. Hier gibt es die Tank-Seite, Tank-Seite, Tank-Rewards. Das ist so eine Aktion von Wargaming. Da könnt ihr gerade die Sachen aktivieren und zwar mit diesen hier, mit diesen Tokens oder wie die Dinger heißen. Und ja, schaut mal auf der Seite vorbei hier, Tank-Rewards.eu. Da gibt es einfach meine. Ihr müsst euch hier oben rechts einloggen. Und wie gesagt, es gibt ja noch so ein paar arme Schweine wie ich im Clan, die kein Premium-Konto momentan haben und aber trotzdem gerne gratis Sachen angegennehmen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal unterstützen. Nein, war noch ein Spaß. Jedenfalls geht mal auf die Seite. Ihr sammelt in dem Spiel in dem Monat Dezember ja automatisch diese Teile hier. Und da könnt ihr hier die Tierstufen auswählen. Ich habe jetzt bis Tierstufe 3 freigeschaltet und da gibt es halt gratis Sachen. Hier zum Beispiel müsst ihr dann aktivieren. Hier habe ich so Bonus-Teile ausgewählt. Was habe ich da noch? Zum Beispiel Lüftung kann man immer brauchen. Dann habe ich die drei auch freigeschalten. Da habe ich diese großen Erste-Hilfe-Kids aktiviert. Und jetzt kommt langsam der Hammer. Hier könnt ihr dann Tierstufe 4. Ich denke, das werde ich heute Abend erreichen. Es sind noch 90 Pünktchen, die mir fehlen. Da kriegt ihr dann sieben Tage Premium gratis. Gerade für so unseren Clan auch sehr interessant. Wenn ihr ein gratis Premium wollt. Wir haben ja ein paar, die keinen Premium-Account haben. Und dann hier Tier 5 werde ich auch schaffen. Ja, da gibt es einen schönen kleinen Premium. Stufe 7, ein Scorpion TD. Warum nicht? 100% Crew dabei. Guck mal. Feine Sache, oder? Also von dem her, das werde ich auch schaffen. Wenn man halt regelmäßig spielt und momentan haben wir ja alle Urlaub. Von dem her müsst ihr das gut schaffen. Wie gesagt, auf dieser Seite gibt es das gratis. Ihr sammelt einfach die Toggens und dann schaltet die Stufen frei. Ja. Das ist meine nächste sieben Tage Premium gratis. Warum nicht? Also wie gesagt, die Tage kommen ein paar Replays hoch. Mal schauen, was so abgeht. Ich habe jetzt auch ein bisschen Urlaub. Ich werde noch ein bisschen mehr auf dem Kanal machen. Da könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr keine neuen Nachrichten verpassen wollt. Aktiviert noch die Glocke. Abonniert den Kanal und wie immer Däumchen nach oben und bis die Tage. Ciao, ciao. Macht's gut.